Hallo ihr Lieben, ich bin Irina Kunkel, ich bin Inhaberin und Gründerin der Firma Trendnails. Heute geht es um unsere Lady-Serie und ich zeige euch, wie ihr mit unseren Gelen umgehen könnt. Und ich habe ein paar nützliche Tipps für dich. Teste das sofort, schieb das nicht so lange her, weil im Alltag haben wir immer viel zu tun und vergessen die wichtigen Dinge. Teste das vielleicht an dir selber, dann hast du ja immer alles unter Kontrolle und kannst sehen, wenn irgendwelche Probleme entstehen, kannst du die sofort lösen. Und Tipp Nummer 2, probiere das an den Problemnägeln, vielleicht brüchige oder trockene oder feuchte oder mit Haftungsschwierigkeiten. Dann kannst du sofort sehen, ob das was bringt oder nicht. Zum Testen brauchen wir natürlich Modelle und wir haben heute ein Modell eingeladen, wir haben schon Maniküre durchgeführt und die Nägel vorbereitet. Jetzt geht es los. Unsere Lady-Serie besteht aus folgenden Produkten. Hier sind zwei Camouflage-Gele, zwei French-Gele, zwei Aufbau-Gele und ein BSM-Top-Gel in der Flasche. Das ist ein 2-in-1-Gel und das Dünn-Viskos. Alle Gele aus dieser Serie sind LED-Härten in 30 bis 60 Sekunden. Dies ist das Besondere an der Serie. 120 Sekunden unter der UV-Lampe. Die brennen nicht, es entwickelt sich keine Hitze beim Aushärten, was auch absolut wichtig ist bei sehr empfindlichen Kunden. Hier siehst du Bild-Up Clear. Das ist Mittelviskos und absolut klar. Bild-Up Naturell ist selbstglättend und hat eine rosane Verfärbung. Bild-Up Rosé ist auch selbstglättend und hat eine rosane Farbe, was sehr wichtig beim Babyboomer ist. Auch Make-Up Warm und Make-Up Gold. Ich habe hier ein Modell eingeladen und mit euch zusammen werden wir praktische Tipps und Tricks sehen, wie die Serie verarbeitet wird. Die Nägel haben wir schon vorbereitet, Profi-Maniküre durchgeführt und die Nägel anmatiert. Jetzt können wir mit der Modellage anfangen. Zuerst wird der Digidrator Ultra 3 dünn aufgetragen, um die Nägel zu entfetten, desinfizieren und die Feuchtigkeit zu entziehen. 30 Sekunden an der Luft trocknen lassen. Dann kommt Ultra Bond, ganz dünn aufgetragen. Das ist ein säurefreier Haftvermittler mit einer Klebeschicht. Ultra Bond verhindert Liftings, wie ein soppelseitiges Klebeband sorgt er für die Haftung des Nagels am Gel. Trocknet sofort an der Luft. Als nächstes tragen wir das Base & Top auf den kompletten Nagel dünn auf. Dabei nicht an die Nagelhaut kommen. 30 Sekunden in der Lampe aushärten lassen. Mit dem Camouflage-Gel Warm zeigen wir euch, wie French-Nägel gemacht werden, wobei das Weiß an den Camouflage-Gel angedockt wird. Camouflage-Gel Warm wird auf das Nagelbett aufgetragen in einer leichten Verlängerung. Da das Gel nicht verläuft, kann man bereits jetzt die Smiley ausarbeiten, so dass hinterher das Weiß problemlos angedockt werden kann. Aushärten 30 Sekunden. Beim Ringfinger zeigen wir euch, wie Babyboomer modelliert wird. Das Build-Up White wird zuerst auf die Spitze mit einem Modellage-Pinsel aufgetragen und mit einem Cam-Pinsel wird das Weiß von der Spitze zum Nagelbett gezogen. Jetzt kannst du das aushärten lassen und mit Build-Up Rosé wird das Nagelbett modelliert. Auch über die weiße Spitze dünn gezogen. Aushärten. Jetzt zeigen wir euch die On-Top-Technik oder oberes French. Mit dem Make-Up-Code modellieren wir den kompletten Nagel. Aushärten, abwischen und den Nagel in die Form pfeilen. Für den On-Top-French nehmen wir das Royal White. Es ist dünnviskös und hochdeckend. Eine Schicht ganz dünn mit dem Nail-Art-Pinsel auftragen und aushärten. Hier zeigen wir den Aufbau mit unserem Build-Up Clear. Für alle, die ihre Nägel natürlich tragen wollen oder nur eine Verstärkung unter einer Farbe haben möchten. Build-Up Clear auf den Nagel modellieren, aushärten. Der Daumen wird mit Build-Up Naturell aufgebaut und ausgehärtet. Dann werden alle Nägel gefeilt. Auf dem Zeigefinger tragen wir Shellac Gold und auf dem Daumen Luck'n'Go in einem Newton aushärten. Jetzt versiegeln wir alle fünf Nägel mit unserem B-Top-Gel. Aushärten, abwischen und fertig. Hier seht ihr unser schönes Ergebnis auf einen Blick. Jetzt hast du die ganze Gel-Serie von LadyLine kennengelernt und du kannst uns dein Feedback geben, wie dir das gefallen hat, damit wir besser werden. Viel Spaß mit unseren Produkten.